Ach was ist das denn hier? Jetzt sind wieder drei Zombies hinter mir her. Was? Spider Rider? So meine Freunde und herzlich willkommen zur elften Folge vom Live in den Wald. Und der gute Kretz ist natürlich auch wieder dabei. Moin. Morgen. So ihr seht's ich hab... Es ist halt tatsächlich morgen. Ich hab grad Orangen bekommen. Von den Bäumchen. Was? Das hat doch geklappt. Ich bin, weil ich hab hier dieses Wachstum, unten rechts steht ja Wachstum. Und ich hab die ganze Zeit so mal rechts rauf rumgeklickt. Auf einmal hab ich geklappt. Hier guck mal. Orangenbären? Yeah. What the fuck? So. Du gehst jetzt hier wieder weg, weil ich will jetzt hier in Ruhe meine Felder weiterbauen. Ups. Du hast so ein Glück, dass ich keine Pfeile hab. Ach, ich auch nicht. Scheiße. Ich hab auch keine mehr. Nee, nee. Bevor ich jetzt geh, ich nehm das Bett mit. Ach das Bett, ja. Aber der Verzaubertisch bleibt hier. Ja, ja, klar. Sicher. Ja, ja, klar. Sicher. Hm. Ich kenn dich. Weißt du, ich such die ganze Zeit roten Sand. Jetzt hab ich irgendwie keinen mehr. Ach doch hier. Nehm ich den Ultraplan, wie ich das da oben ausschmücke. So. Was halt hier leider noch nicht geht. Ich wollte diesen Weg hier eigentlich mit der Schaufel so abhacken. Aber das funktioniert leider nicht. Da wir ja in der 1.7 sind und nicht in der 1.10. Ja. Genau deshalb. Und das ist halt kacke, ja. Kann ich ein bisschen auf deinem Feld rumhüpfen? Ich hüpfe dir gleich gegen den Kopf. Das will ich sehen. Das willst du, gell? Oh, ja. Was ist das hier für einen blöder Baum? Ich hab den doch letztens schon gefällt. Warum ist der immer noch da? Ach so, warte mal. Das wollte ich hier so machen, so machen und so machen. Also ich war eben gerade kurz mal wieder bei Husche, weil er rumgearbeitet hat. Ich hab's ja eine ganze Erde geklaut. Hast du ja auch. Hab ich gar nicht. Natürlich. Du hast gesagt, da in der Kiste. Nimm ruhig. Ich brauch die nicht. Ja. Ja, einfach nur. Hä? Ich denke, hier geht... Das gibt's doch hier irgendwie unendlich Wasser. Das gibt's ja irgendwie so. Hier, ne? Ja. Du meinst die, die Unendlichkeitsquelle da. Genau. Das müsste aber drei breit sein, ne? Vier breit. Vier? Im Normalfall. Vier breit oder ein zweimal zwei Feld. Ja, aber ein zweimal zwei Feld. Ach so. Okay. Hä? Funktioniert nicht. Ach doch, hier. Hä, aber das ist doch... Was denn? Das hat doch gar keinen Sinn. Warum nicht? Boah, ich bin so blöd. Ich hab mich um ein Feld vertan. Das läuft bei dir. Ne, eben nicht. Doch, das Wasser läuft. Das Wasser läuft. So, warte mal. Wie war das jetzt? War wieder Erde. Ach kacke, Mann. Jetzt hab ich alles hier umgebaut. Oh Gott. Warum lachst du mich da aus? Das kann doch nicht sein. Ich lach dich nicht aus. Ich lach mit dir und über dich. Ja, genau. Über dich. Danke. Mane. Das gibt's doch nicht. Mane. Ich will Mane. Mane? Ich will Mane. Mane, Mane, Mane. Wie? So. Jetzt hab ich schon gewundert, warum das nicht passt hier, ne? Wo war ich denn? So, roten Sand. Ist auch lustig so. Du sagst. Mane, 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 Mane. Und ich sag auch dann so. Mane, 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 Mane. Wir reden miteinander auf jeden Fall. So, das war das. Muss ich kurz überlegen. Wie hat das gebaut? Hier kommt auf jeden Fall der Asi-Sand hin. Was ist Assisand? Hm? Dieser komische graue Sand ist für mich Assisand. Alles klar. Ja, was, wie denkst du das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, welchen grauen Sand du meinst. Ich geh zu grauen Sand halt. Der heißt halt, äh, nicht Erde. Der heißt nicht Erde? Ja. Apropos, warte mal. Putter. Snack die Gurke, snack die Gurke, snack die Gurke. Sind aber Zucchini, snack die Gurke. Nee, sind immer noch Gurken. Nein, sind Gurken. Also, wenn Koch sich nicht auskennt, dann... Ja, was hat das denn jetzt mit meinem Beruf zu tun? Hm? Ganz viel. Ja, genau, ganz viel. Alles klar, Kretze. Hier gehärtet der Sand, ist der Assisand bei mir. Ah, okay. Ich glaub, ich nenn die Folge Assisand. Die Suche nach dem Assisand. Ich wollte grad sagen, die Suche nach dem Assisand, aber... Müsstest du ja bei mir sein, also... Hä? 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 Den versteh ich nicht. Ach so. Ja, ja, alles klar. Okay. Jetzt hat's geklingelt. So nach stunden. Das Schlimme ist, ich hab keine... Hä? Ich hab keine Rohstoffe mehr. Diesmal bin ich aber nicht schuld. Hast du mein Essen mitgenommen? Was? Welches Essen und... Nein. Wieso hab ich kein Essen? Oh, hier ist Fleisch. Das Einzige, was ich mit hab, ist, äh... Die... Die Orangenbeeren, wohlgemerkt. Ach so, ich wollte grad sagen. Was für Orangen? Das ist die eine Orangenbeere, die ich dir mitgegeben habe, ne? Ja. Genau die. Das ist einfach nur zum Kosten, damit du weißt, äh... Wie das schmeckt. Wie, wie, wie beschissen das schmeckt und dass ich mir das bei dir niemals holen werde. Kann man... Ich wollte grad sagen, kann man Muskat anbauen, aber Muskat sind ja Bäume, ne? Keine Ahnung. Oh, hey, Skelett. Das hat sich echt... Boah, man hört seine Tastatur übelst, ne? Echt? Aua. Gerade. Ich wundere, wir sind immer noch überlegen, wie Kretze seine Tastatur, äh... benutzt. Kann man ja so sagen. Kartoffeln. Kann man Kartoffeln anbauen? Ich hau da immer drauf, mit dem Hammer. Du hast jetzt die Leertasse. Bam! Wie war das? Äh... Jetzt kommt der Hammer! Okay, kennst du den nicht, ne? Nee. Im Stream? Bannhammer? Ach, der Bannhammer. Der Bannhammer. Müsstest du doch wissen. Als Mod. Ja, genau. Wow! Oh, ich bin erschrocken. Weißt du? Du mal kurz in eine kleine Hütte. Willst du dann schlafen gehen, oder? Hm, nee, eigentlich nicht, weil ich brauch Skeletter. Also, für mich wäre das jetzt richtig unprägtisch, wenn wir jetzt schlafen gehen. Wir gehen jetzt schlafen. Nein. Na, hier ist die Mülle. Die Mülle aber. Ich sollte mir mal ein Eisenschwert bauen. Solltest du. Weißt zwar nicht warum, aber solltest du. Wobei, der Unterschied mit einem Stein und einem Eisenschwert bringt es auch nicht, oder? Kommt mir gerade so vor, wenn du keine Verzauberung drauf hast. Weil ich habe jetzt mit einem Steinschwert drei Schläge gebraucht. Und mit einem Eisenschwert brauchst du auch drei Schläge auf dem Skelett. Keine Ahnung, wo der Unterschied ist. Ich traue mich ja auch nicht aus. Ja, genau. Zwei Endermen. Alles klar. Ich glaube doch, das geht darum, dass die Haltbarkeit, glaube ich, höher ist. Ja, das ist okay, aber. Sonst macht es eigentlich keinen Unterschied, glaube ich. So, jetzt haben wir hier Erde. So. Immer diese Zombies. Ich dachte, da kommt gerade noch einer. Ach so, ich sollte mal hier zumachen. He he he. So, Assisand. Wo ist der Assisand? Da ist der Assisand. Assisand. Das ist mein Assisand in Ruhe. Nein. Alter. Zombie-Invasion hier. Oh oh. Ach, was ist das denn hier? Jetzt sind wieder drei Zombies hinter mir her. Ja, spinnen uns ganz. Ein Spider-Rider. Oh yeah. Was? Spider-Rider? Ach so, diese kleinen Zombies, die hier. Nein. Das ist ein Chicken-Rider. Wow. So, Erde. Weißt du, was das Schlimme bei mir jetzt gleich ist? Mein, äh... Lauf nicht weg mit meinem Knochen, du Zombie. Meine Diamantschaufel ist gleich kaputt. Was ist dein Ernst? Es ist nicht so, wie viel ich hier schon abgebaut habe. Ich meine nicht dich mit deiner Dierschaufel, sondern... ...den Zombie, der... ...mein Knochen weggeworfen hat. Sind das denn Zombie mit Lederrüstung? Oh Gott, Alter, das wird heftig. Mir fällt gerade auf, dass ich gar kein... ...Essen habe. Hunter ist ein Creeper. Wow, Spinne. Ich weiß kein Tod. Ich werde so sterben. Darf ich jetzt lachen? Nein. Mami. Mach ich aber. Aha. Ich will aber nicht. Versteck mich. Ich habe ein schönes Haus gebaut. Ist der echt ein schönes Haus gebaut? Nein. Okay. Es besteht aus gebrannter Ton. Gebrannter Ton? Du meinst den Sand, oder? Nein. Du willst noch fighten. Gib es zu, blödes Vieh. Ich sage, du willst noch fighten, blödes Vieh. Also... Ich habe noch 13 gerotten. Wie hast du 13 gerotten? Ja, ich habe sie eingebaut. Apropos anbauen. Sieht doch schon ganz gut aus hier bei mir. Oh, die Bären sind wieder ready. Uh. Was hat mit den Bären? Das ist eine nice Sache, du. Glaube ich. Doch auf meinem Dach, du Spinne. Ich wusste es. Eigentlich wollte ich noch mein blödes Haus bauen. Und was ist? Nein. Ist das ein Skelett mit Goldrüstern? Boah, als ob. Boah, dieser blöde... Oh, ab jetzt! Du der Ender... Mensch. Du meinst Endermäne? Endermäne? Alter. Gut, dass ich mir zwei Dings gebaut habe. Gerade deine Tastatur... Äh, deine... Deine Morse klicken. Echt? Okay, das tut mir echt leid. Ich... Dein Knochen. Was? Verlass mich nicht. Ich habe es echt nicht geschafft, die Felder fertig zu bauen. GG. Welche Felder? Oh, Creeper! Zwei Creeper! Drei Creeper! Vier Creeper! Was ist hier los? Hilfe! Habe ich Knochen? Zwei. Nice. So. Oh, shit. Jetzt bin ich tot. Jetzt auch nie viel aus großer Höhe. Hashtag, wie ein Pro. Oh, nein. Ich habe meinen Spawnpunkt abgebaut. Nein, du bist... Nein, du bist nicht auf unserer alten Insel. Oh, doch. Ja. Ich hole dich nicht ab. Das kannst du knicken. Und jetzt? Holy shit. Ja, keine Ahnung. Jetzt muss ich schauen, dass ich an Holz komme. Vielleicht ist einer der Setzlinge gewachsen. Alter. Nein, es ist keiner der Setzlinge gewachsen. Ehrlich? Kacke. Wie machen wir das denn? Ich werde sowieso wieder sterben. Oh, mein Gott. Du hättest den Bett einfach nicht abbauen sollen. Holy shit. Ich hätte schlafen sollen. Ich hätte mich einfach reinlegen. Das reicht ja, wenn du dich reinlegst. Das ist so geil. Oh, Gott. Denk doch mal an sowas in dem Moment. Ja. Ich finde das so geil. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Keine Ahnung. Wird das jetzt eine Folge auf der alten Insel? Ja, wie ich Skelette verprügel. Ich habe einen Block Erde gelegt. Aber ein Vorder... Nein, ich habe mir eine Eisenachs gebaut. Warum mache ich das denn? Ey, Kacke. Ich habe kein Holz mehr, oder? Nee. Ich muss diesen Sand endlich ordnen. Ich finde hier echt nicht mehr weiter. Ich habe mir nicht mal einen Knochen gegeben, das Skelett. Das ist voll klar. Oh, geht, geht, ehrlich. Hoppala. Kretze. Woo, ich habe Holz. Du hast Holz? Ja gut, dann direkt in den Dings wieder bauen und dann gib ihn. Boot bauen und ein weiterer Tag auf hoher See. Ich bin mir noch übelst viele Dings bauen. Oh, das ist so ein mega fetter Baum. Ich baue den nicht komplett ab, glaube ich. Was? Ja, den Baum. Hauptsache, du kommst wieder zurück. Komm wieder zu mir. Ich vermisse dich. Leck. Da sind die Bären. Da sind die Bären. Schaufel, das Erde, das, 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 das. Alter, Spille. Hast du einen an der Klatsche, oder was? Es ist Tag. Ich hoffe, mich anzugreifen. Ist das das Geilste, uns zu verfolgen, ey. Hey, John, Spille, Alter. Oh, Creeper. Auf mein... Ja, genau, Creeper auf meinem Feld. Hier schwimmen. Mann. Gut, dass ich ein paar Pfeile habe. Danke. Explodier doch, Creeper. Danke. Er hat die Spinne getötet. Das Schlimme ist, hier kommt ja dann wieder Wasser hin, Leute, ne? Was war jetzt? Ich habe nur so gehört, so ein leichtes Laufen habe ich gehört, weißt du? Oh, okay. Und wir wissen alle, was das war. So ein Tippeln. Ich habe jetzt gerade so ganz leicht nach oben gehookt und habe so gedacht, so, hm, hm, na, wo ist er? So, jetzt bauen wir hier noch rum. So, jetzt bauen wir hier noch rum. Ja, ich habe auch ein neues. So, das war das. So, das war das. Diese rote Sand, ich finde ihn irgendwie voll geil, oder? Warum? Weiß nicht, der hat irgendwie völlig geile Farbe, finde ich. Ah, den gibt es ja auch in normalen Minecraft, ne? Ups. Ähm, ja, musst du halt aber, glaube ich, nach halber Ewigkeit danach suchen. Mir wurde das mal gesagt, dass ich bei mir die halt so bauen soll. Wir fahren auf dem Meer. Du, 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 du. Könnte ich eigentlich eigentlich noch eins, zwei, drei, vier. Ja, hier könnte ich sogar noch ein Feld reinsetzen. Mache ich auch direkt. Mach drauf. Ah, geht gar nicht. Oder? Warte mal. Doch, das geht. Dann mache ich hier Wasser rein. Heute sehen Sie Feldarbeit. Heute sehen Sie einen Tag auf dem Wasser. Ist doch immer nicht schön. Ist halt ein Let's Play. Okay, das ist auch mal, das kann auch mal langweilig sein. Aber ich kann nicht so. Die Wolke. Wow. Die erinnert ihre Form. Wow. Sie sieht aus wie ein Kretze. Nein, so hübsch ist sie auch nicht. Also. Oh, da ist ein Boot. Das wir wahrscheinlich verloren haben, weil wir unterwegs. Oh, das war wahrscheinlich meins. Ich glaube auch. Hallo Boot. Tschüss Boot. Noch ein Boot. Oh mein Gott. So viele Boote, ne? Ja, das war doch die Aktion, wo wir da rüber gewandert sind. Also, ich will ja nichts sagen. Auf der Rückseite von dem Berg, ne? Da ist, äh, Kohle on mass. Wie jetzt. Ja gut, aber Kohle braucht. Ich persönlich brauche keine Kohle. Ja, ich meine ja nur, falls du mal wieder Kohle suchst. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Tralala. Schubidu. Hi. Bist du da? Hi. Nein. Hol dein Zeug und hau ab. Das war aber gar nicht hier, Alter. Was willst du? Deshalb ja, hol dein Zeug und hau ab. Oder hau ab und hol dein Zeug. So, Robert. Wenn dann so, ja. Boah, ich kann hier so viel anbauen, ne? Ich habe hier so viel Fläche, das ist so geil. Ah ja, immer dieses Laufen. Können wir nicht mal einen Teleporter oder sowas bei Minecraft haben? Genau, einen Teleporter, alles klar. Ah. Ich meine schon mal Feeds in, Feeds in the Beast oder wie das heißt? Keine Ahnung. Feeds in the Beast. Da gibt es, ähm, Nuklearreaktoren. Ja gut, das habe ich gesehen, das stimmt. Also, da kann man doch wohl einen Teleporter bauen. Ja, aber sind wir jetzt hier in, wie die Wiest? Nein. Wir sind hier live in den Woods. Leben im Wald, mein Freund. Bei dir vielleicht. Stimmt, du nicht, ne? Ich lebe auf dem Berg. Glaube ich dir sogar. Das ist, glaube ich, dir aufs Wort. Wie war das mit den Karpenderblöcken so? Das geht da auch irgendwie, ne? Wie meinst du? Ich bin hier am überlegen, Karpenderblöcke reinzuzahlen. Aber wenn ich das so mache, dann kann ich hier eine Brücke bauen. Ne, das mache ich später. Das wird jetzt so... Also, hier kommt auch immer ein Ultra-Feld rein, ey. Home sweet home. Und sogar essen. Oh, ich muss hier schon wieder abbauen alles. Das ist das im Kotzen. Aber wir müssen langsam mal schauen, dass wir ein paar von den Rezepten... Ja, dass wir nicht besseres Essen haben, ne? Ja, das ist schon echt heftig. Also, das mit den Oliven, das geht, ne? Dann kann ich Knochenmehl draufschmeißen. Ich habe es gerade mal probiert. 29, 29, nee, 29 ist kacke. Hier, 43. Ich habe irgendwie mein Feld kaputt gemacht. Ich weiß zwar nicht wie, aber... Boah, das hat jetzt echt drei gebraucht. Bei mir alles bei 14%, 0% die Kartoffeln. Ne, das braucht halt... Ne, das braucht ewig. Also, weil dadurch, dass wir halt nicht in diesen... ...in diesen Gebieten sind, braucht das halt ewig, ne? Deshalb, ich baue das einfach an jetzt und... ... bin ich eigentlich... ... so lush desert. Ja. So, wo war ich denn? Wo habe ich mich umgebracht? Wo habe ich mich umgebracht? So, was haben wir hier? Bauen wir hier jetzt Tomaten an. Zick. Mal hier noch. Wir bauen mal Spargel an. Zick. Kann ich denn Kartoffeln anbauen? Ja, einfach die Kartoffeln in das Feld. Ah, nice. So, und hier bauen wir den Rest an. Mal hier noch. Blumenkohl. Wobei, ich glaube, ich mache das andersrum, genau. So. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden... ...ohne zu sterben, da runter zu kommen. Brokkoli hatst du nur einmal, ne? Brokkoli hatte ich nur einmal, ja. Wir gucken die Fahnen auch noch an. So. Ah, ich habe jetzt ein bisschen unterteilt bei mir. Ach, Möhren haben wir ja auch noch. So. Alles angepflanzt jetzt hier, was ich habe. Melonen, die essen wir dann. So. Oh Mann, oh Mann. Also, ich bin jetzt schon gut vorangekommen. Ich habe mein Feld jetzt fertig gebaut. Das braucht aber auch ewig, ey. Wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, ist gleich die Zeit wieder rum, ey. Hm. Muskat. Also, ich bin auch gut vorangekommen. Ich meine, ich bin... Ich glaube, ich dir aufs Wort mehrmals gestorben. Ich bin... ...hab unsere alte Insel besucht. Ach, du hast unsere alte Insel besucht. So nennst du das jetzt. Hallo, alte Insel. So, ich werde jetzt noch dann die... Hä? Hä, was? Hä? Hä? Oh, mit deinem Hä? 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 Nein, alles cool. Hä? Hä? Triggered. Äh, ich will hier hoch. Der Witz ist, dadurch, dass du jetzt nicht so viel gemacht hast, können wir jetzt die Folge trotzdem beenden, ne? Äh, was, wirklich? Äh, was? Macht er nicht. Hat er nicht gesagt. So. Ich muss jetzt hier das noch fertig machen, sonst, äh... Nein, ich wollte keine Erde. Wollte hier den Assisand. Der Assisand. Ist halt so. Ich glaube, ich nenne die Folge Husche und sein Assisand. Wieso? Hä? Was? Was ist das denn? Du hast gar keine Rechte, meinen Namen zu benutzen. Sag du ja. Ja, ich. Zeug mich doch an. Okay. Ich mein, es steht leider nicht in jeder Folge. Hm? Netzwission. Bla bla bla, let's play, mit Husche. Ja, für jede, für jede Veröffentlichung. Was willst du haben? Was ich haben will? Für jeden Klicken Euro. So, wie würdest du lieber verdienen damit, ja? Also, so. Ja, red weiter. Ne, ich hab jetzt, äh, den Faden verloren, um echt zu sein. Weil ich gerade hier so voll am, äh, Erde abbauen bin. Ah, alles klar. Okay. Nein, nein! Oh, ich bin so ein Idiot, äh. Okay, pass. Uh, ich kann die Bären wieder abbauen. Geil. Die Bären sind schon ganz cool, aber irgendwie. Ich vergesse das immer wieder. So, meine Freunde, wir haben es jetzt mittlerweile, äh, die Zeit ist wieder um. Und ihr seht, wir sind echt gut vorangekommen. Also, ich bin zumindest. Ich auch. Ich mein, ich hab jetzt ein bisschen sortiert. Ich werde dann offline auf jeden Fall noch meine Kiste sortieren. Und, ja, ansonsten. Sehen wir uns dann zum nächsten Mal wieder, dann, äh, mit Folge 12. Und, ich denke mal, Kretze wird dann auch ein bisschen weitergebaut haben, vielleicht. Ne, mal, jetzt, da werde ich erst anfangen. Stimmt. Und ich werde da unten das noch ein bisschen wegmachen. Und, ansonsten, schaltet bei Kretze ein. Kanal ist unten in der Verlinkung. Tut's nicht. Doch, doch, doch. Und sagt, die Meiner soll jetzt in die Thumbnails machen. Ich wünsche euch was, Leute. Ciao. Ciao, drei. Tschüss.